Moin Leute, was geht? Crispy hier, Season 5, Woche 2, Suche zwischen einer Oase, einem Felsbogen und Dinosaurier. Ihr müsst einfach hier direkt neben Paradise Poems landen, hier steht der Dinosaurier, hier seht ihr den Felsbogen und hier ist die Oase. Den Battle Pass Stern findet ihr hier direkt bei dem Vorsprung neben dem Stein auf dieser kleinen Fläche. Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen, lasst ein Abo für wöchentliche Fortnite Battle Pass Lösungen da, in diesem Sinne mal sieht's im nächsten Video, haut rein! Ciao!